servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute möchte ich euch zeigen wie ihr ohne große mühe noch die chance auf zwei ziemlich ziemlich gute items habt und zwar einmal gibt es per quest mindestens 597 raid loot aus dem palast der nerobar einfach nur als questbelohnung for free so in die hand gedrückt ja gut nicht for free aber ihr wisst was ich meine plus dazu habt ihr wieder die chance auf einen neuen world boss der euch sogar 603er loot bietet also es gibt noch mal zwei gute chancen auf loot für die man nicht so viel tun muss und genau das wollen wir uns an dieser stelle mal anschauen quest nummer eins ist relativ simpel in dornogal bekommt ihr die und zwar ein brennender pfad durch die zeit besiegt fünf zeitwanderungs schlachtzugsbosse oder zeitwanderungs dungeons entweder meldet ihr dann hier in dem browser an zufälliger zeitwanderungs dungeon burning crusade macht fünf dungeons oder ihr reist nach schadrat dort müsst ihr dann aber über dieses organisierte gruppen tool hier eine gruppe finden die sich den schwarzen tempel widmet und da dann fünf bosse umklatschen da ist die quest geschafft darüber bekommt ihr dann wir eben schon gesehen habt diese truhe schatztruhe der nerobar 597 item level schon mal vorweg es können keine t sets da drin sein das ist wichtig zu betonen aber das macht nichts weil es gibt auch so sehr sehr starke beute in diesem raid beispielsweise können da auch sehr seltene waffen drin droppen oder items zum beispiel dieser ring hier siegel des vergifteten pakts 1613 von anzurek das ding ist brutal gut und wollt ihr nach möglichkeit vor allem für klassen die naturschaden verursachen druiden und schamanen ist das ding extrem stark will man haben ansonsten ist der blut von den beiden endbossen auf stufe 606 davor dann 603 also da kann wirklich sehr 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 stabiler loot drin sein hier in 613 umhang von raschanan deswegen es lohnt sich die quest abzuschließen teste das auf jeden fall aus ist nicht viel aufwand und die lohnt sich tatsächlich halt auch nicht nur für mains sondern oder nicht nur für twinks sondern auch für mains zu guter letzt haben wir dann noch den neuen world boss aktiv und das ist schurrei grässlichkeit des untermeers das ist der world boss den wir in dieser woche bezwingen können ich würde euch empfehlen sucht euch eine gruppe dafür dann steht der dude hier auf der insel wir bezwingen den jetzt gemeinsam ist hier ein heilsturz bei den koordinaten 45 18 ungefähr zu finden bevor wir ihn jetzt töten gucken wir noch mal auf seinen loot die zeit haben wir jetzt nämlich an der stelle auch noch es gibt kette brust stoff brust platte gürtel stoff gürtel leder beine die ich sehr gerne hätte an der stelle platte beine kette füße leder füße sowie ein ring mit krit und meisterschaft das ganze mit 603 item level champion aufwertungspfad heißt das geht bis 616 hoch lohnt sich also durchaus sich den spaß zu gönnen und ich würde sagen versucht euer glück mehr als ja kein loot kriegen kann man nicht ich muss dazu sagen ich wüsste nicht wann ich das letzte mal bei einem fucking world boss loot bekommen habe das ist glaube ich schon jahre her in den vergangenen addons habe ich nie glück gehabt und gerade jetzt zu beginn wenn sowas drin ist wie mir fehlen noch hosen und der drop welche sind world boss halt oft sehr sehr gut geeignet um einzelne schwachstellen noch in seinem gear auszumerzen aber wie gesagt dafür müsste der krimskrams überhaupt erst mal droppen wir schauen mal ob ich glück habe ich vermute nicht die pose oh es sind schuhe mit krit tempo die ich nicht brauche naja immerhin habe ich loot bekommen von daher wollen wir uns an dieser stelle nicht beschweren aber ja das sind die zwei möglichkeiten wie ihr in dieser woche noch relativ easy loot mit snacken könnt lasst sie euch nicht entgehen damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten mal Vielen Dank.